Der 5. Oktober war der Wendepunkt in der Geschichte Serbiens. An diesem Tag wurde Milosevic nach 13 langen und blutigen Jahren gestürzt. Ich war schon bei vielen Demonstrationen, aber so viel Tränengas habe ich noch nie gesehen. Alle weinten. Zu Beginn des Tages war die Spannung sehr gross, weil niemand wusste, wie Milosevic's Polizei und das Militär reagieren würden und alle fürchteten ein riesiges Blutbad und dass sie Panzer auffahren lassen würden. Als klar wurde, dass Milosevic's Tage definitiv gezählt waren und dass er nicht mehr mit der Unterstützung der Polizei und des Militärs rechnen konnte, wurde die Stimmung extrem euphorisch. Das war wirklich einer der schönsten Tage für Serbien in den vergangenen 20 Jahren. Damals waren wir alle überzeugt, dass Serbien von nun an einen völlig neuen Weg einschlagen und sich alles sehr schnell zum Besseren wenden würde. Novi Sad, Hauptstadt der Voivodina und zweitgrösste Stadt Serbiens, acht Jahre nach dem Sturz von Slobodan Milosevic. Die einstige Garnisonstadt der österreichisch-ungarischen Monarchie liegt nur eine knappe Autostunde von der Grenze zu Ungarn und zur EU entfernt. Hier ist der Aufschwung offensichtlich. Jeden Sommer wird die Festung von Novi Sad zum Schauplatz des Exit-Festivals, des grössten Rock-Events am Balkan. Zehntausende Besucher aus ganz Europa kommen deswegen nach Serbien und schlagen entlang der Donau ihre Zelte auf. Exit entstand aus dem Geist des Widerstandes gegen Milosevic. Für die Organisatoren ist es auch heute nicht bloß ein Musikspektakel, sondern Ausdruck einer Haltung gegen den engen serbischen Nationalismus. Exit begann im Jahr 2000 als Studentenbewegung. Mit einer Kampagne wollten wir die jungen Leute dazu bringen, an den Wahlen teilzunehmen. In den Jahren danach haben wir ein Konzept entwickelt, bei dem das Festival stärker pro-europäische Werte wie Multikulturalität, Toleranz, Gleichheit der Geschlechter etc. vermitteln soll. So steht die Generation Exit für ein neues Serbien. Jung europäisch, bestrebt die bestehenden Grenzen zu überwinden. Der Hauptgrund, weshalb wir beschlossen ein internationales Festival in einer Kleidung, Um eine Stadt wie Novi Sad zu veranstalten, war Jugendlichen in Serbien die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten und Spass zu haben, so wie alle anderen jungen Leute in Ländern, in denen die Dinge problemlos funktionieren. Und auch um die Isolation aufzubrechen, die nicht nur durch die Grenzen und die Politik entsteht, sondern auch in unseren Köpfen existiert. Unser Ziel ist es, mehr Offenheit zu erzeugen. Wir wollen neue Ideen nach Novi Sad bringen, die sonst nicht hierher kämen. Und das sind wirklich ganz positive Entwicklungen. All diese unterschiedlichen Leute, diese starken Einflüsse, die vier oder fünf Tage im Jahr hier sind, tragen dazu bei, dass die festgefahrenen und alteingesessenen Ansichten ein wenig aufgerüttelt werden. Wenn Rock'n'Roll als Tradition angesehen würde, wohin würde dann die Kultur führen und die Kulturgeschichte? Dann könnte man ja meinen, die Kultur beginne ab den Beatles oder den Rolling Stones. In ernsthaft geführten Diskussionen müssen wir doch beachten, was kulturell wertvoll und historisch anerkannt ist. Rock'n'Roll ist etwas Vorübergehendes und verdient weder eine ernste politische Diskussion, noch meine ernstzunehmende Antwort. Leider ist das Land noch immer nicht auf dem richtigen Weg. Es sind viele Anstrengungen nötig, um Serbien auf seine europäische Zukunft hin auszurichten. Wie man sieht, kommen Leute aus dem ganzen Land und aus ganz Europa hierher. Die Stimmung ist grossartig. Alles ist friedlich und es gibt keine Probleme. Das ist doch wirklich eine Leistung. Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir etwas zum Positiven verändern können und dass wir uns wirklich darum bemühen sollten. Denn wenn wir es nicht tun, wird es niemand anderer versuchen. Betrachten und deuten Sie die Stimmung auf diesem Musik-Happening. Dann werden sie sich bewusst sein, dass bei diesen Ereignissen nachgeholfen wird. Auf jeden Fall sind Präparate, chemische Mittel, die zur Verbesserung der Stimmung beitragen, mit im Spiel. Das andere Gesicht Serbiens. Die serbische radikale Partei. Sie sieht die Zukunft des Landes nicht in der EU. Milorad Mircic, einst Bürgermeister von Novi Sad, ist einer der Stellvertreter von Parteichef Vojzlaf Szeszel, der in Den Haag wegen Kriegsverbrechen unter Anklage steht. Bei einer Parteiveranstaltung Anfang 2008 in Belgrad gaben sich die Radikalen siegessicher. Sie wollten die Macht zurückerobern und den Wandel nach dem Sturz Miloševićs im Oktober 2000 ungeschehen machen. Der 5. Oktober war buchstäblich ein Staatsstreich. Der 5. Oktober war ein Anzeichen dafür, wie man gegen den Willen und die Stimmung der Menschen, durch Bildung einer öffentlichen Meinung mit Hilfe von Medien und Propaganda, die politische Stimmung und den politischen Willen eines Volkes ändern, umdrehen und vollkommen verfälschen kann. Serbien war am 5. Oktober ein grosses Versuchsfeld. Ein Laboratorium der Amerikaner und der NATO-Verbündeten, um auf brutalste, gewaltsame Weise und mittels Geld die legitime Macht im Staat zu wechseln. Wie ganz Serbien ist doch Novi Sad zwischen Demokraten und radikalen Gespalten, zwischen der Hoffnung auf Europa und seiner Ablehnung. In der Wojvodina leben seit der Zeit des österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaates viele Volksgruppen zusammen. Für Menschen wie Hedwig Horvath, die in dieser Tradition aufwuchsen, hat der Nationalismus der radikalen Partei unmittelbaren Einfluss auf ihr Leben. Ich gehöre zur ungarischen Minderheit in der Wojvodina. Manchmal fühle ich mich hier als Fremde, weil mich die anderen als Fremde sehen. Und sobald ich über die Grenze komme, werde ich als Serbin gesehen, mit allen negativen Folgen, unter denen die Serben und das Land zu leiden haben. Ich bin, was ich bin, weil ich in einer multikulturellen Gesellschaft lebe. Und ich bin besorgt über die derzeitigen Entwicklungen, wo Multikulturalität keinen Platz mehr hat. Nach dem Jugoslawien-Krieg siedelten sich viele serbische Flüchtlinge aus Bosnien und Kroatien in der Wojvodina an. Auch in Temerin, dem Heimatort von Hedwig Horvath, wenige Kilometer von Novi Sad entfernt. Natürlich haben diese Leute andere Erfahrungen und gehen mit dem Leben in einer multikulturellen Gesellschaft anders um. Daher sind die Spannungen heute grösser als früher, weil die Menschen erst lernen müssen, miteinander zu leben und zu kommunizieren. Auch nach dem Ende ihrer Tätigkeit bei Exit setzt sich Hedwig Horvath weiter für die demokratische Öffnung der Gesellschaft ein. Seit kurzem leitet sie in der Hauptstadt Belgrad den European Fund for the Balkans, eine Initiative westlicher Stiftungen, die die Annäherung zwischen Europa und den Balkanländern unterstützt. Die Arbeit, die ich mache, ist nicht ganz leicht zu verstehen und auch nicht wirklich beliebt, weil die Menschen nicht verstehen, weshalb europäische Länder oder ausländische Investoren Geld in Serbien investieren sollten und wie das die Entwicklungen beeinflussen könnte. Es kann ziemlich aufreibend sein, jahrelang für Veränderungen in der Gesellschaft zu kämpfen, wenn man manchmal das Gefühl hat, dass die Veränderungen nicht so rasch stattfinden, wie man sich das wünscht. Nach den Ereignissen vom Oktober 2000 übernahm eine Koalition der demokratischen Parteien unter Ministerpräsident Soran Cingic die Führung des Landes. Die neue Regierung stand vor der Aufgabe, Serbien vom Erbe Milosevic zu befreien. Viele seiner Gegner, die ausgewandert waren, kamen zurück, um zu helfen. Unter ihnen auch Burzidar Celic, der in Paris gelebt hatte und unter Cingic der jüngste Finanzminister Europas wurde. Wir haben ein Land ohne Ressourcen und ohne Budget vorgefunden. Das erste, was ich im Safe im Büro des Finanzministers sah, war ein Scheck, den Gaddafi auf das jugoslawische Volk ausgestellt hatte, um uns zu helfen. Wir wollten keine bloße Neuorganisation der alten Lobbys, damit sie dann ihre Arbeit wieder aufnehmen. Wir haben daher zügig eine radikale Steuerreform durchgesetzt, die bald Ergebnisse gezeigt hat. Als zweites mussten wir strikt gegen Benzin- und Zigarettenschmuggel vorgehen, der die Verstrickung von Staat und Mafia offensichtlich machte. Das mussten wir so rasch wie möglich unterbinden, um den Menschen zu zeigen, dass wir nicht in den Händen der Mafia sind. Es war von Anfang an sehr naiv zu glauben, dass sich mit dem Sturz eines Mannes das ganze Land plötzlich in eine moderne Demokratie mit einem freien Markt, stabilen Institutionen etc. wandeln würde. Dejan Anastasiewicz ist Journalist bei der unabhängigen Wochenzeitung Vreme. Während des Krieges berichtete er kritisch über das Vorgehen der Serben in Vukovar oder im Kosovo. Heute deckte er in seinen Artikeln immer wieder die wahren Machtverhältnisse im Land auf. Wie sich herausstellte, setzte sich die Politik Milosevics noch lange nach seinem Sturz fort und der Weg Serbiens zur Demokratie erwies sich länger und hürdenreicher als angenommen. Die dringlichste Frage war, was mit Milosevics Polizei, seinem Heer und all seinen Befehlstrukturen geschehen sollte. Man kann nicht einfach alles auflösen und die Leute nach Hause schicken. Das hätte ins Chaos geführt. Nach dem Sturz von Milosevics gab es so gut wie keine Reform bei den Sicherheitskräften, vor allem bei der Geheimpolizei. Es stimmt, dass Djinjic vor dem 5. Oktober Gespräche mit Leuten von Milosevics Spezialeinheiten und der Geheimpolizei führte. Dabei wurde eine Art Vereinbarung getroffen. Sie versprachen, nicht mit Waffen gegen die Demonstranten vorzugehen, sollten sie den Befehl dazu erhalten. Im Gegenzug sicherte ihnen Djinjic Straffreiheit nach dem Umsturz zu. So lautete die Abmachung, nicht mehr und nicht weniger. Aber für Djinjic sollte sich dieser Deal als fatal erweisen, denn zwei Jahre später wurde er genau von diesen Leuten umgebracht. Am 12. März 2003 wurde Premierminister Soran Djinjic von Heckenschützen im Innenhof seines Amtssitzes erschossen. Ein Schock für die serbische Demokratie. Djinjic hatte Slobodan Milosevic an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ausgeliefert, Als er versuchte, auch die Kontrolle über den Geheimdienst und die Armee zu gewinnen, wurde er ermordet. Unmittelbar nach dem Attentat verhaftete die Polizei mehrere Verschwörer. Die meisten von ihnen waren Angestellte des serbischen Staates, Mitglieder des Geheimdienstes oder paramilitärischer Einrichtungen. Der Verdacht, dass Verbindungen bis in höchste politische Kreise bestanden, ist bis heute nicht ausgeräumt. Der durch seinen Spielfilm Land der Wahrheit, Liebe und Freiheit bekannt gewordene Regisseur Milutin Petrovic arbeitet heute an einem Film über die Hintergründe des Djinjic-Mordes. Es ist äusserst wichtig, diesen Film zu machen. Es ist keine Frage von Filmemachen, keine Frage einer Idee oder was eine gute Geschichte ist. Die tragische Ermordung Djinjic war ein entscheidender Moment, der unser aller Leben verändert hat. Die Attentäter wurden zwar verurteilt, aber diese Leute sind nur Mörder, Soldaten und Auftragskiller. Sie sind nicht diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Sie sind nicht diejenigen, die ein Interesse daran haben, einen Ministerpräsidenten zu töten. Wenn man den Ministerpräsidenten eines Landes töten will, muss man einen Plan haben, wie es am nächsten Tag weitergehen soll. Und so einen Plan gab es. Es gab einen Zeugen, der unter Schutz stand. Im Lauf des Prozesses wurde er gefoltert und ermordet. Seine Ermordung sollte zeigen, dass es keine geschützten Zeugen gibt. Und das war nur Einfall. Solche Fälle gab es viele. Die neue Regierung unter Woislav Kostunica stellte das Sondergericht für dieses Verbrechen vor viele Probleme. Und so besteht die Vermutung, dass Kostunica und Mitglieder seines Kabinetts irgendwie involviert sind. Die Menschenrechtsaktivistin Natascha Kanditsch kämpft seit Jahren für die Aufklärung von Verbrechen des ehemaligen Milosevic-Regimes. Ihr Dokumentationszentrum sammelt Zeugenaussagen und Beweisunterlagen, um Täter vor Gericht zu stellen. Als die Milosevic-Regierung fiel, stellten wir uns die Frage, wie sollen wir reagieren, jetzt, wo wir eine neue Regierung haben, von der man sagt, und die von sich selbst sagt, dass sie demokratisch sei und dass sie mit der früheren Regierung abschliessen möchte. Und dann haben wir begriffen, dass wir dabei helfen könnten, weil wir die Dokumente hatten, die über die Opfer berichten. Und so haben wir begonnen, über die Opfer zu reden. Über sie zu reden, um das Bild, das die ganze Zeit existierte, zu verändern. Nämlich, dass die Serben die Opfer sind und dass es eine Ungerechtigkeit ist, wenn die Völkergemeinschaft Sanktionen verhängt oder Anklage gegen manche Serben erhebt. Ausserparlamentarische Organisationen sind prinzipiell zum grössten Teil Aussenstellen von ausländischen Geheimdiensten. Eine davon ist die Organisation, an deren Spitze Natascha Kandic steht. Wiederholt legte Natascha Kandic Dokumente vor, die neue Aspekte der Verwicklung Serbiens in Kriegsverbrechen ans Licht brachten. 2003 meldete sich ein Mitglied der Skorpione, eine der berüchtigten serbischen Spezialeinheiten bei ihr. Der Mann wollte nicht länger zur Rolle seiner Einheit in Srebrenica schweigen. Er zog als Mitglied der serbischen Cetnik-Bewegung im Jahr 1991 in den Krieg. Szežel hatte ihn mit seinen öffentlichen Reden fasziniert und er glaubte, dass das serbische Volk gefährdet und vom Genozid bedroht sei. Er hat mir erzählt, dass alle Uniformen, alle Befehle aus Serbien kamen und dass sie überzeugt waren, keine paramilitärische Einheit zu sein, sondern eine Einheit, die von der Staatssicherheit Serbiens gegründet worden war. Und er hat mir gesagt, dass sie etwa zehn Jungs aus Srebrenica ermordet und diese Erschiessung mit Kameras gefilmt hätten. Im Jahr 2005 kam die Kassette in meine Hände, als mich ein anderes Mitglied der Skorpione anrief und mir mitteilte, dass er im Besitz der Kassette sei. Er wollte sie mir geben, damit ich sie zeigen und verwenden könne, sobald er das Land verlassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt bezweifelten viele Serben noch immer, ob der Völkermord in Srebrenica, bei dem über 7000 Bosniaken nach der Eroberung der Stadt erschossen worden waren, überhaupt stattgefunden hatte. So beschloss Kandic, die Aufnahmen der Skorpione der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei der Gerichtsverhandlung von Slobodan Milošević zeigte die Staatsanwaltschaft des Hager-Tribunals Videoaufnahmen der Erschiessung von sechs Gefangenen aus Srebrenica. Wir machen die Zuschauer darauf aufmerksam, dass sie schockierend sind und dass empfindliche Personen und Kinder nicht vor den Bildschirmen sein sollten. Wenn ihm die anderen auch befohlen haben zu töten, so glaube ich nicht, dass sie ihm befohlen haben, ihm kein Wasser zu geben. Das sind nicht nur Paramilitärs, die Befehle ausführen. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie sich entsetzlich brutal und fürchterlich benehmen, gegenüber jemandem, der umgebracht werden wird. Und das Opfer bittet. Es bittet um einen Tropfen Wasser und er wird ihm nicht gegeben. Die Ausstrahlung schockierte die Öffentlichkeit. Schon am nächsten Tag forderte die Regierung, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Mitglieder der Skorpione wurden verhaftet. Was ich nicht erwartet hatte, war die Reaktion in der Gesellschaft. Sie war für mich aufbauend. Die Menschen meldeten sich, um uns zu sagen, wie unheimlich wichtig es für sie war, dass wir diesen Film an die Öffentlichkeit gebracht hatten. Jetzt wüssten sie, was in Srebrenica geschehen war. Und dass es nicht richtig sei, wenn gesagt wird, die Muslime wären in den Wald gegangen und hätten sich gegenseitig umgebracht. Die Massenerschissungen in Srebrenica wurden aufgrund ihrer kaltblütigen Systematik vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Genozid verurteilt. Auch in Serbien hat mittlerweile ein Umdenkprozess begonnen. Diese Kassette hat bei vielen Menschen in Serbien bewirkt, dass sie die Bedeutung der Verbrechen verstehen und realisieren, dass diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, sie im Namen von Serbien begangen haben und dass sie keiner von ihnen bereut hat. Vukovar und Srebrenica sind überwiegend das Produkt eines Propagandakrieges. Im serbischen Volk fanden stets diejenigen ein hohes Ansehen, die abtrünnig wurden und die sich gegen irgendeine Macht aufbäumten. In diesem Fall betrachtet das serbische Volk Ratko Mladic und Radovan Karacic als Aufständische, die sich nicht unterwerfen und ausliefern lassen wollten. Aus diesem Grund glauben wir auch, dass Ratko Mladic und Radovan Karacic zu einem Bestandteil der Legende des serbischen Volkes werden. Dass mutmassliche Kriegsverbrecher trotz internationalen Drucks jahrelang untertauchen konnten, ist die Folge einer gefährlichen Allianz, die der Nationalismus der Radikalen und die Macht der ehemaligen Kader Milosevic in Serbien bilden. Sie verhindert die Aufarbeitung der Vergangenheit und bedeutet für Menschen, die sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, eine unmittelbare Bedrohung. Wir haben eine Vielzahl schlecht formulierter Gesetze, die lückenhaft sind, und so kommen viele schlimme Typen ungeschoren davon. Auch hier sind die Politiker nicht zu Reformen bereit. Sie wollen die Richter und die Staatsanwälte kontrollieren, um ihren eigenen Kragen zu retten. Am 14. April 2007 verübten unbekannte Täter ein Bombenattentat auf die Familie von Dejan Anastasiewicz. Es war viertel vor drei in der Nacht, von Freitag auf Samstag. Wir wurden plötzlich von einem lauten Geräusch geweckt. Ich roch Schiesspulver und mir wurde klar, dass es eine Art Sprengstoff war. Das ganze Zimmer war voller Rauch und überall lagen Glasscherben. Zwei Handgranaten wurden hierher gelegt, während meine Frau und ich drinnen schliefen. Das Bett steht gleich unter dem Fenster. Die Explosion ging horizontal und nach oben, nicht aber nach unten. Wenn jemand von uns im Zimmer gestanden wäre, hätte ihn der Einschlag sicher getötet. Im ersten Augenblick konnte ich gar nicht begreifen, wie viel Glück wir hatten. Ein Splitter ist durch diese Lampe geflogen, genauer gesagt über unsere Köpfe hinweg. Ich habe in diesem Moment gar nicht begriffen, was uns hätte passieren können. Ich hatte keine Zeit, über das Wer und Warum nachzudenken. Es dauerte mehrere Wochen, bis ich den Grund dafür herausfand. Es hatte nichts mit meinen Artikeln zu tun. Es stand im Zusammenhang mit dem Kriegsverbrechertribunal. Im Prozess gegen Milosevic hatte Dejan Amnestisijovic als Zeuge vor dem Internationalen Gerichtshof auch Vojzlaf Scheschel belastet. Diese Aussagen könnten nach bestehendem Recht im Falle Dejans Todes vor Gericht nicht mehr verwendet werden. Bis heute hat die Polizei die Attentäter nicht ausgeforscht. Dejan Amnestisijovic ist überzeugt, dass Scheschel und Teile des Geheimdienstes, die mit ihm sympathisieren, hinter dem Attentat stehen. Es lief immer nach demselben Muster ab. Die Geheimpolizei verfolgt die Zielperson, sammelt Informationen und engagiert dann Kriminelle, die abdrücken. Anders gesagt, sie sorgen für die Logistik. Ich bin mir also sicher, dass es noch heute Personen bei der Geheimpolizei gibt, die am Anschlag gegen mich beteiligt waren. Es gibt hier eine Redensart, Regierungen kommen und gehen, aber die Geheimpolizei bleibt. Leskovac, eine Industriestadt im Süden Serbiens, rund 50 Kilometer von der Grenze zum Kosovo entfernt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich hier eine blühende Textilindustrie. Vom Fadenwerk bis zur Kleidererzeugung gaben sozialistische Betriebe tausenden Beschäftigten Arbeit. Heute wird in Leskovac deutlich, welche Folgen die politischen Missstände der letzten Jahre für die Entwicklung des Landes hatten. Leskovac war die Stadt des Textils und galt als serbisches bzw. jugoslawisches Manchester. Aber das hat alles nur bis in die 90er Jahre gedauert, bis zum Beginn der Sanktionen. Synthetika bzw. Szele Vajkovic war eines der grössten Fadenwerke am Balkan. Es hatte einen bedeutenden Platz am jugoslawischen Markt und zählte zu den angesehensten Exporteuren. Die Maschinen sind über 40 Jahre alt. Wir versuchen mühsam, sie instand zu halten, damit sie betriebsfähig bleiben und wir die Qualität halten können. Von Jahr zu Jahr wird das immer schwieriger, weil Ersatzteile schwer zu besorgen sind. Sie werden nicht mehr produziert und so müssen wir improvisieren und zusehen, dass wir ein bisschen etwas arbeiten und das Ganze irgendwie durchstehen, bis ein Investor kommt und neue Ausrüstung und neue Maschinen besorgt. Mit 20 Prozent oder 10 Prozent der möglichen Gesamtproduktion können wir nicht alle Kosten decken und dazu noch Überschuss erwirtschaften, um unsere Pflichten den Mitarbeitern gegenüber abzudecken. So kommt es, dass die Mitarbeiter ohne eigene Schuld, ohne Lohn bleiben und ohne soziale Absicherung. Der Niedergang betrifft nicht nur Synthetika. Die gesamte Textilindustrie der Stadt ist zusammengebrochen. Arbeiteten 1990 noch 11.000 Beschäftigte in Betrieben, so sind es heute 900. In ganz Serbien liegt die Arbeitslosigkeit bei über 20 Prozent. Besonders hart davon betroffen sind Frauen. Gordana Petrovic war Juristin in einem der Unternehmen. Seit 2002 ist sie arbeitslos. Früher hätten sie in meiner Stadt lachende Menschen sehen können. Frauen, die immer schön hergerichtet und Männer, die sehr pedantisch waren. Morgens, wenn ich um sieben zur Schule oder zur Fakultät ging oder ab 1987 zur Arbeit, waren unsere Strassen voller Menschen, die Arbeit hatten. Um 14 Uhr, wenn die erste Schicht zu Ende war, waren die Strassen voll von Leben. Das Leben war in dieser Stadt spürbar. Jetzt hat Grautönigkeit diese Stadt erfasst. In kommunistischen Zeiten gehörte die Familie Petrovic dem serbischen Mittelstand an. Gordanas Ehemann Milan war Geschäftsführerin einem sozialistischen Tourismusunternehmen, das Buslinien-, Hotels- und Restaurants betrieb. Auch dieses ist heute geschlossen. In den letzten paar Jahren konnte ich mir nicht einmal eine Jacke leisten. Ich kann mir keine Stiefel kaufen, weil ich meinen Kindern die Stiefel kaufen muss. Ich habe meiner Sanja Stiefel gekauft, aber Stevan nicht. Vor drei Jahren reaktivierte die Familie den Bauernhof von Millans Eltern, rund 60 Kilometer von Leskowatz entfernt. Milan hatte ihn mit 15 verlassen, um in der Stadt eine höhere Ausbildung und damit eine bessere Zukunft zu finden. Heute bilden die Produkte aus einer bescheidenen Landwirtschaft die Grundlage für ihr Überleben. Meine Familie lebt derzeit von dem, was wir oben im Dorf haben. Wir kaufen Küken und füttern sie zwei Monate. Dann verkaufen wir sie unseren Freunden und Nachbarn. Das ist nicht viel Geld, aber es ergänzt die Einnahmen, die mein Mann aus dem eigenen Wald hat. Er schneidet Holz und verkauft es. Und so kommt ein bisschen etwas zusammen. Die Produkte, die ich oben im Dorf produziere, verkaufe ich hauptsächlich über das Telefon, wie Käse, Obst, Sachen aus dem Garten und noch dazu Ayva, den ich hier alleine zubereite. In Momenten, in denen es nichts für den Verkauf gibt und wir fünf, sechs Tage ohne irgendwelche Einnahmen bleiben, gerate ich in fürchterliche Panik und weiss dann nicht einmal mehr, wo ich bin. Die höhere Fachschule für Textilindustrie in Leskowatz. Sie gehörte einst zu den besten Schulen ihrer Art am Balkan. Trotz fehlender Arbeitsplätze bemüht sich die Schulleitung, die Ausbildungsstandards zu heben. Mit EU-Fördergeldern wurde ein neues Design Center eingerichtet. Wir bleiben hartnäckig dabei, bestmögliche Fachkräfte für die Textilindustrie auszubilden, in der Hoffnung, dass Investoren aus dem Ausland gemeinsam mit uns die eine oder andere Fabrik instand setzen, damit sie wieder zu produzieren beginnen. Aber vorher müssen wir die Fachkräfte ausbilden. Wir kämpfen wirklich, dass wir irgendwie aus diesem Zustand rauskommen und mit der normalen Welt, wie es der Westen ist, Europa gleichziehen, damit wir wieder mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen können. Noch ist es freilich für Textilfachkräfte fast unmöglich, in Leskowatz Arbeit zu finden. Die Firma Vucie stellt seit den 1930er Jahren Wollstoffe her, die sie weltweit exportierte. Unser Direktor war vor einiger Zeit in Belgrad und suchte dort nach Möglichkeiten, um mit dem Westen in Kontakt zu treten, hauptsächlich mit italienischen Firmen. Aber da bekamen wir kein grünes Licht. Heute werden bei Vucie die Maschinen abgebaut und zum Metallwert verkauft. Alle Versuche, das Unternehmen zu privatisieren, scheiterten. Während in den Nachbarländern die Textil- und Bekleidungsindustrie boomt, verhinderte Serbiens Isolation bis heute einen ähnlichen Aufschwung. Wir wollten ja nur, dass Italiener kommen, Franzosen, Spanier, Deutsche, mit einer Textiltradition und mit Kapital, das sie hier investieren können. Und dieser Wunsch ging uns nicht in Erfüllung. Das bedeutet, dass das, was uns noch bleibt, in den Händen anderer liegt, in denen vom Staat, von der Regierung. Fast 20 Jahre nach dem Ende des Kommunismus kämpft die serbische Regierung immer noch um das Vertrauen von Investoren. In Belgrad geschieht dies zunehmend mit Erfolg. Doch weite Teile Serbiens stagnieren. Unser Land hat durch den Zerfall am meisten verloren. Zwei Drittel unseres Bruttoinlandsprodukts und die Hälfte der industriellen Produktionen, ganz zu schweigen von ungefähr 200.000 bis 300.000 gut ausgebildeten jungen Menschen, die in den Westen gezogen sind. Aber wir hatten auch das grösste Potenzial zum Aufschwung, der schliesslich auch kam. In den vergangenen sieben Jahren ist die Wirtschaft in Serbien um mehr als die Hälfte angewachsen. Im Vergleich zu 2001 ist sie heute 2,7 Mal so gross und in den kommenden fünf Jahren soll sie sich weiter verdoppeln und danach noch ein drittes Mal. Die Erfahrung aus vielen anderen Übergangsländern zeigt leider, dass das Zentrum gegenüber dem restlichen Land immer im Vorteil ist. Das Problem war also zu wenig Geld und zu wenig europäische Perspektiven. Dazu kam das politische Risiko aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Kosovo. Und daher bevorzugen viele Investoren Belgrad oder die Voivodina. Man kann die Dinge sehen, wie sie jetzt sind, aber ich sehe lieber, wie sie morgen sein können und das wird viel besser sein. Noch illustriert Leskovac aber den Niedergang der serbischen Industrie. Da die lokalen Firmen kaum etwas produzieren, kauft die Bevölkerung billige Importkleidung aus China. In den letzten zehn Jahren kamen an die 300 Chinesen in die Stadt und mieteten die grossen Kaufhäuser im Zentrum. Hier verdienen sie mehr als in ihrer alten Heimat. Für Milan und Gordana Petrovic liegen alle Hoffnungen in ihrer neuen Existenz als Landwirte. Mit über 40 Jahren fassten sie den Entschluss, nochmals bei Null zu beginnen und eine Schafzucht aufzubauen. Sie soll genug einbringen, um die Ausbildung ihrer Kinder auch in Zukunft zu sichern. Diese Idee hat bei Milan Übelkeit verursacht, weil es für ihn schwer war, zurück ins Dorf zu gehen, das er vor 20, 25 Jahren verlassen hat. Und der Besitz war 15 Jahre lang nicht kultiviert worden. Die Felder waren zugewachsen. Als wir vor drei Jahren kamen, war alles zugewachsen. Wir mussten uns bis zum Haus durcharbeiten. Mit den letzten Ersparnissen, die die Familie noch hatte, errichtete Milan einen Schafstall für 400 Tiere. Das Ministerium für Landwirtschaft unterstützte ihn mit 30 Prozent der Ausgaben. Im Frühjahr 2008 konnte er mit Hilfe eines Kredites die ersten 180 Schafe kaufen. Man muss es versuchen. Vermutlich ist es ganz normal, etwas zu versuchen, denn es geht um die Familie. Meine Hoffnungen fingen ein paar Monate nach dem 5. Oktober an, wie Seifenblasen zu zerplatzen. Sie sind verschwunden. Es hat sich alles angehäuft, alle meine Enttäuschungen. Ich wollte einfach weglaufen, um Seelenfrieden zu finden, damit ich nicht mehr auf die Menschen treffen muss, die geschwindelt und gelogen haben und die weiterhin ihre Lügen fortsetzen. Sie beschwindeln weiter, um dort, wo sie sind, zu bestehen. Ich sehe, dass diese Serbien in kürzester Zeit denselben Weg wie die übrigen europäischen Länder gehen muss, damit dieses Volk nicht mehr leidet. Und das ist die Politiker, die sich nur um sich und ihre eigene Tasche und zuletzt ums Volk kümmern hinauswirft, damit es in diesem Land eine Perspektive und Hoffnung gibt. Im Februar 2008 kam es zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo und ihrer Anerkennung durch die USA und die meisten Staaten der EU. Jahrelang hatte sich die serbische Regierung unter Ministerpräsident Kostunica, dem Nachfolger und ehemaligen Mitschreiter Cincic, mit aller Vehemenz gegen diesen Verlust gestemmt. Nun zerbrach die Koalition zwischen ihm und der Demokratischen Partei. Kostunica stellte sich auf die Seite der Radikalen. Den Kosovo zurückzubekommen, sei wichtiger, als der EU beizutreten, erklärte er. Ist hier jemand, der denkt, Kosovo gehöre nicht zu Serbien? Kosovo ist der erste Name von Serbien. Kosovo gehört Serbien. Ich werde nicht ruhen, ehe der Kosovo unter serbischer Kontrolle ist. Im Oktober 2000 standen wir alle auf derselben Seite. Kostunica war einer von uns. Schon damals hielten wir ihn nicht für die bestmögliche Wahl, aber er war einer der wenigen, der Milosevic besiegen konnte. In den letzten acht Jahren hat sich viel verändert und wenn mir jemand gesagt hätte, dass Kostunica mehr Sympathie für die Radikalen und den rechten Flügeln in dieser Gesellschaft haben wird, dann hätte mich das sehr verwundert. Im Februar 2008 geriet eine Massendemonstration gegen die Abspaltung des Kosovo ausser Kontrolle. Die Attacken richteten sich auch gegen den Fernsehsender B92, bei dem Sascha Mirkovic arbeitet. Die dramatischsten Szenen spielten sich ab, als mehrere tausend Demonstranten einige Botschaften im Stadtzentrum zerstörten. In einer offensichtlich synchronen und organisierten Aktion wollten sie auch das Gebäude von B92 in Brand stecken. Genau zu dieser Zeit zog die Polizei, die das Gebäude umstellt hatte, ab und nur ein paar Polizisten blieben zurück. Wir konnten also kaum erwarten, dass das Gebäude unter diesen Umständen geschützt werden würde. Wir luden Verteidigungsminister Dragan Schutanovac in den Sender ein. Er kam ein paar Minuten darauf und betrat unsere Büros. Es war interessant zu sehen, dass plötzlich zwei Busse des Gendarmerie-Corp eintrafen und das Gebäude umstellten. Seit den dramatischen Ereignissen von Februar 2008 waren die Fronten klar. Kostunica strebte eine Koalition mit der Szehsial-Partei an. Neuwahlen sollten entscheiden, wer das Land in Zukunft führen würde. Die Radikalen stellten sich gegen die EU und hofften auf Putins Russland als einen starken Partner für Serbien. Die Idee, ein Groß-Serbien zu schaffen, ist etwas, das lebt, etwas, das als politischer Wille existiert und im Übrigen auch die Stimmung des serbischen Volkes repräsentiert. Serbien muss sich vorbereiten, damit es in dem Augenblick, in dem sich die Verhältnisse auf der politischen Weltbühne verändern, genügend politisches Ansehen und wirtschaftliche Stärke hat, um dieses Ziel realisieren zu können. Auf der anderen Seite formierte sich ein pro-europäischer Block unter Führung der Demokratischen Partei von Präsident Boris Tadic. Viele Experten im In- und Ausland schätzten seine Chancen auf einen Sieg jedoch als gering ein. Das Abstimmungsergebnis vom 11. Mai 2008 brachte die Überraschung. Die Demokratische Partei erzielte deutlich mehr Stimmen als die Radikalen und gewann die Wahl. Kostunica wurde zum großen Verlierer. Eine der ersten Handlungen der neuen Regierung war es, den Chef des Geheimdienstes auszuwechseln. Nur wenige Tage später wurde Radovan Karadzic in Belgrad verhaftet und nach Den Haag ausgeliefert. Ein deutliches Zeichen für den Willen zur Zusammenarbeit mit der EU. Stellvertretender Premierminister mit spezieller Verantwortung für die europäische Integration Serbiens ist Bojida Tzelic. Die Erwartungen in Serbien sind die höchsten seit dem Sturz Miloševičs. Bis Ende 2008 ist es das erste Ziel, den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu erreichen. Das zweite ist visumfreies Reisen. Ich möchte Ihnen hierzu gern den neuen serbischen biometrischen Reisepass zeigen. Das ist der derzeit modernste Reisepass in ganz Europa. Ab 2008 gibt es auch neue Personalausweise und Nummerntafeln, weil Serbien keine Oase für gestohlene Autos sein soll. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt Neuerungen in der Asylpolitik und der Rückführung illegaler Flüchtlinge, weil wir Deutschland, Österreich und Italien vor keine neuen Probleme stellen möchten. Und wir werden zeigen, dass die Öffnung der Grenzen für die serbische Bevölkerung keine Gefahr, sondern eine weitere Chance darstellt. Denn dann werden die Leute hier sehen, worum es in Europa wirklich geht. Sie glauben nämlich, dass sie nicht dazugehören. Die Ergebnisse der letzten Wahlen haben gezeigt, dass die Wähler den Kurs Serbiens in Richtung Europäische Union aus vollster Überzeugung unterstützen. Obwohl der Kosovo seine Unabhängigkeit erklärt hat und obwohl einige Urteile des internationalen Strafgerichtshofs hier äusserst unbeliebt waren. Serbien will weiterhin Mitglied der europäischen Familie werden und jetzt haben wir eine Regierung, die uns dorthin führen soll. Serbien hat eine weitere Chance bekommen, die Geister der Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich mit hoher Geschwindigkeit Richtung Europäische Union zu bewegen. Wir sollten allerdings die Fähigkeit unserer Politiker, selbst eine hundertprozentige Chance zu verpassen, nicht unterschätzen. Melitza Delevic gehört als Vize-Aussenministerin der neuen Generation serbischer Politiker an, die Serbiens Isolation endgültig überwinden wollen. Ich wuchs im sozialistischen Jugoslawien auf, das trotz all seiner Schwächen weitaus stabiler und vorhersehbarer war als alle anderen Staatsformen seither. Meine ältere Tochter wurde nach den Protesten von 1996-97 geboren. Ich bin schwanger auf die Strasse demonstrieren gegangen. Meine jüngere Tochter wurde kurz nach den Umwälzungen im Oktober 2000 geboren. Ich glaube, die einzige positive Folge des Milosevic-Regimes im Jahr 2000 war, dass die serbische Bevölkerung nun Mitglied der EU werden wollte. Es gab viele Streitigkeiten, aber was die Europäische Union anbelangte, waren wir uns offensichtlich alle einig. Die Europäische Union repräsentierte sämtliche Sehnsüchte der Serben nach einem mehr vorhersehbaren, besseren, stabileren, reicheren und sicheren Leben. Es ist wichtig, dass alle Länder Fortschritte machen und dass nicht das Gefühl entsteht, dass es von vornherein ein paar Spitzenreiter und ein paar Nachzügler gibt. Denn Nachzügler sind weniger motiviert, sich zu bemühen, die Bedingungen zu erfüllen. Seit dem Sturz von Milosevic hat sich in Serbien vieles verändert. Es war ein schwieriger Übergang voller Rückschläge. Heute aber besteht Hoffnung, dass die unvollendete Revolution vom Oktober 2000 weitergeführt wird und Serbien nicht länger ein Nachzügler auf dem Weg nach Europa bleibt. Die Menschen in Serbien Die Menschen in Serbien die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten und Spass zu haben, so wie alle anderen jungen Leute in Ländern, in denen die Dinge problemlos funktionieren. Und auch um die Isolation aufzubrechen, die nicht nur durch die Grenzen und die Politik entsteht, sondern auch in unseren Köpfen existiert. Unser Ziel ist es, mehr Offenheit zu erzeugen. Wir wollen neue Ideen nach Novi Sad bringen, die sonst nicht hierher kämen. Und das sind wirklich ganz positive Entwicklungen. All diese unterschiedlichen Leute, diese starken Einflüsse, die vier oder fünf Tage im Jahr hier sind, tragen dazu bei, dass die festgefahrenen und alteingesessenen Ansichten ein wenig aufgerüttelt werden. Wenn Rock'n'Roll als Tradition angesehen würde, wohin würde dann die Kultur führen und die Kulturgeschichte? Dann könnte man ja meinen, die Kultur beginne ab den Beatles oder den Rolling Stones. In ernsthaft geführten Diskussionen müssen wir doch beachten, was kulturell wertvoll und historisch anerkannt ist. Rock'n'Roll ist etwas Vorübergehendes und verdient weder eine ernste politische Diskussion, noch meine ernstzunehmende Antwort. Leider ist das Land noch immer nicht auf dem richtigen Weg. Es sind viele Anstrengungen nötig, um Serbien auf seine europäische Zukunft hin auszurichten. Wie man sieht, kommen Leute aus dem ganzen Land und aus ganz Europa hierher. Die Stimmung ist grossartig. Alles ist friedlich und es gibt keine Probleme. Das ist doch wirklich eine Leistung. Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir etwas zum Positiven verändern können und dass wir uns wirklich darum bemühen sollten. Denn wenn wir es nicht tun, wird es niemand anderer versuchen. Betrachten und deuten Sie die Stimmung auf diesem Musik-Happening. Dann werden Sie sich bewusst sein, dass bei diesen Ereignissen nachgeholfen wird. Auf jeden Fall sind Präparate, chemische Mittel, die zur Verbesserung der Stimmung beitragen, mit im Spiel. Das andere Gesicht Serbiens. Die serbische radikale Partei. Sie sieht die Zukunft des Landes nicht in der EU. Milorad Mircic, einst Bürgermeister von Novisat, ist einer der Stellvertreter in How to Communicate. Auch nach dem Ende ihrer Tätigkeit bei Exit, setzt sich Hedwig Horvath weiter für die demokratische Öffnung der Gesellschaft ein. Seit kurzem leitet sie in der Hauptstadt Belgrad den European Fund for the Balkans, eine Initiative westlicher Stiftungen, die die Annäherung zwischen Europa und den Balkanländern unterstützt. Die Arbeit, die ich mache, ist nicht ganz leicht zu verstehen und auch nicht wirklich beliebt, weil die Menschen nicht verstehen, weshalb europäische Länder oder ausländische Investoren Geld in Serbien investieren sollten und wie das die Entwicklungen beeinflussen könnte. Es kann ziemlich aufreibend sein, jahrelang für Veränderungen in der Gesellschaft zu kämpfen, wenn man manchmal das Gefühl hat, dass die Veränderungen nicht so rasch stattfinden, wie man sich das wünscht. Nach den Ereignissen vom Oktober 2000 übernahm eine Koalition der demokratischen Parteien unter Ministerpräsident Soran Cingic die Führung des Landes. Die neue Regierung stand vor der Aufgabe, Serbien vom Erbe Milosevic zu befreien. Viele seiner Gegner, die ausgewandert waren, kamen zurück, um zu helfen. Unter ihnen auch Burzidar Celic, der in Paris gelebt hatte und unter Cingic der jüngste Finanzminister Europas wurde. Wir haben ein Land ohne Ressourcen und ohne Budget vorgefunden. Das erste, was ich im Safe im Büro des Finanzministers sah, war ein Scheck, den Gaddafi auf das jugoslawische Volk ausgestellt hatte, um uns zu helfen. Wir wollten keine bloße Neuorganisation der alten Lobbys, damit sie dann ihre Arbeit wieder aufnehmen. Wir haben daher zügig eine radikale Steuerreform durchgesetzt, die bald Ergebnisse gezeigt hat. Als zweites mussten wir strikt gegen Benzin- und Zigarettenschmuggel vorgehen, der die Verstrickung von Staat und Mafia offensichtlich machte. Das mussten wir so rasch wie möglich unterbinden, um den Menschen zu zeigen, dass wir nicht in den Händen der Mafia sind. Es war von Anfang an sehr naiv zu glauben, dass ich mit dem Sturz eines Mannes das ganze Land plötzlich in eine moderne Demokratie mit einem freien Markt, stabilen Institutionen etc. wandeln würde. Dejan Anastasievic ist Journalist bei der unabhängigen Wochenzeitung Vreme. Während des Krieges berichtete er Kritikalen und die Macht der ehemaligen Kader Miloševićs in Serbien bilden. Sie verhindert die Aufarbeitung der Vergangenheit und bedeutet für Menschen, die sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, eine unmittelbare Bedrohung. Wir haben eine Vielzahl schlecht formulierter Gesetze, die lückenhaft sind. Und so kommen viele schlimme Typen ungeschoren davon. Auch hier sind die Politiker nicht zu Reformen bereit. Sie wollen die Richter und die Staatsanwälte kontrollieren, um ihren eigenen Kragen zu retten. Am 14. April 2007 verübten unbekannte Täter ein Bombenattentat auf die Familie von Dejan Anastasievic. Es war Viertel vor drei in der Nacht, von Freitag auf Samstag. Wir wurden plötzlich von einem lauten Geräusch geweckt. Ich roch Schiesspulver und mir wurde klar, dass es eine Art Sprengstoff war. Das ganze Zimmer war voller Rauch und überall lagen Glasscherben. Zwei Handgranaten wurden hierher gelegt, während meine Frau und ich drinnen schliefen. Das Bett steht gleich unter dem Fenster. Die Explosion ging horizontal und nach oben, nicht aber nach unten. Wenn jemand von uns im Zimmer gestanden wäre, hätte ihn der Einschlag sicher getötet. Im ersten Augenblick konnte ich gar nicht begreifen, wie viel Glück wir hatten. Ein Splitter ist durch diese Lampe geflogen, genauer gesagt über unsere Köpfe hinweg. Ich habe in diesem Moment gar nicht begriffen, was uns hätte passieren können. Ich hatte keine Zeit, über das Wer und Warum nachzudenken. Es dauerte mehrere Wochen, bis ich den Grund dafür herausfand. Es hatte nichts mit meinen Artikeln zu tun. Es stand im Zusammenhang mit dem Kriegsverbrechertribunal. Im Prozess gegen Milosevic hatte Dejan Anastasievic als Zeuge vor dem Internationalen Gerichtshof auch Vojzlaf Szegel belastet. Diese Aussagen könnten nach bestehendem Recht im Falle Dejans Todes vor Gericht nicht mehr verwendet werden. Bis heute hat die Polizei die Attentäter nicht ausgeforscht. Dejan Anastasievic ist überzeugt, dass Szegel und Teile des Geheimdienstes, die mit ihm sympathisieren, hinter dem Attentat stehen. Es lief immer nach dem selben Muster ab. Die Geheimpolizei verfolgt die Zielperson, sammelt Informationen und engagiert dann steht gleich unter dem Fenster. Die Explosion ging horizontal und nach oben, nicht aber nach unten. Wenn jemand von uns im Zimmer gestanden wäre, hätte ihn der Einschlag sicher getötet. Im ersten Augenblick konnte ich gar nicht begreifen, wie viel Glück wir hatten. Ein Splitter ist durch diese Lampe geflogen, genauer gesagt über unsere Köpfe hinweg. Ich habe in diesem Moment gar nicht begriffen, was uns hätte passieren können. Ich hatte keine Zeit, über das Wer und Warum nachzudenken. Es dauerte mehrere Wochen, bis ich den Grund dafür herausfand. Es hatte nichts mit meinen Artikeln zu tun. Es stand im Zusammenhang mit dem Kriegsverbrechertribunal. Im Prozess gegen Milosevic hatte Dejan Anastasiewicz als Zeuge vor dem Internationalen Gerichtshof auch Vojzlav Szeszel belastet. Diese Aussagen könnten nach bestehendem Recht im Falle Dejans Todes vor Gericht nicht mehr verwendet werden. Bis heute hat die Polizei die Attentäter nicht ausgeforscht. Dejan Anastasiewicz ist überzeugt, dass Szeszel und Teile des Geheimdienstes, die mit ihm sympathisieren, hinter dem Attentat stehen. Es lief immer nach demselben Muster ab. Die Geheimpolizei verfolgt die Zielperson, sammelt Informationen und engagiert dann Kriminelle, die abdrücken. Anders gesagt, sie sorgen für die Logistik. Ich bin mir also sicher, dass es noch heute Personen bei der Geheimpolizei gibt, die am Anschlag gegen mich beteiligt waren. Es gibt hier eine Redensart, Regierungen kommen und gehen, aber die Geheimpolizei bleibt. Leskowatz, eine Industriestadt im Süden Serbiens, rund 50 Kilometer von der Grenze zum Kosovo entfernt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich hier eine blühende Textilindustrie. Vom Fadenwerk bis zur Kleidererzeugung gaben sozialistische Betriebe tausenden Beschäftigten Arbeit. Heute wird in Leskowatz deutlich, welche Folgen die politischen Missstände der letzten Jahre für die Entwicklung des Landes hatten. Leskowatz war die Stadt des Textils und galt als serbisches, beziehungsweise jugoslawisches Manchester. Aber das hat alles nur bis in die 90er Jahre gedauert, bis zum Beginn der Sanktionen. Synthetika, beziehungsweise Sele Vejkowitsai verfolgt die Zielperson, sammelt Informationen und engagiert dann Kriminelle, die abdrücken. Anders gesagt, sie sorgen für die Logistik. Ich bin mir also sicher, dass es noch heute Personen bei der Geheimpolizei gibt, die am Anschlag gegen mich beteiligt waren. Es gibt hier eine Redensart, Regierungen kommen und gehen, aber die Geheimpolizei bleibt. Leskowatz, eine Industriestadt im Süden Serbiens, rund 50 Kilometer von der Grenze zum Kosovo entfernt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich hier eine blühende Textilindustrie. Vom Fadenwerk bis zur Kleidererzeugung gaben sozialistische Betriebe tausenden Beschäftigten Arbeit. Heute wird in Leskowatz deutlich, welche Folgen die politischen Missstände der letzten Jahre für die Entwicklung des Landes hatten. Leskowatz war die Stadt des Textil und galt als serbisches, beziehungsweise jugoslawisches Manchester. Aber das hat alles nur bis in die 90er Jahre gedauert, bis zum Beginn der Sanktionen. Synthetika, beziehungsweise Zelevejkovic, war eines der grössten Fadenwerke am Balkan. Es hatte einen bedeutenden Platz am jugoslawischen Markt und zählte zu den angesehensten Exporteuren. Die Maschinen sind über 40 Jahre alt. Wir versuchen mühsam, sie instand zu halten, damit sie betriebsfähig bleiben und wir die Qualität halten können. Von Jahr zu Jahr wird das immer schwieriger, weil Ersatzteile schwer zu besorgen sind. Sie werden nicht mehr produziert. Und so müssen wir improvisieren und zusehen, dass wir ein bisschen etwas arbeiten und das Ganze irgendwie durchstehen, bis ein Investor kommt und neue Ausrüstung und neue Maschinen besorgt. Mit 20 Prozent oder 10 Prozent der möglichen Gesamtproduktion können wir nicht alle Kosten decken und dazu noch Überschuss erwirtschaften, um unsere Pflichten den Mitarbeitern gegenüber abzudecken. So kommt es, dass die Mitarbeiter ohne eigene Schuld, ohne Lohn bleiben und ohne soziale Absicherung. Der Niedergang betrifft nicht nur Synthetika. Die gesamte Textilindustrie der Stadt ist zusammengebrochen. Arbeiteten 1990 noch 11.000 Beschäftigte in den Betrieben, so sind es heute 900. In ganz Serbien liegt die Arbeitslosigkeit bei über 20 Kilometer von Leskovac entfernt. Milan hat ihn mit 15 verlassen, um in der Stadt eine höhere Ausbildung und damit eine bessere Zukunft zu finden. Heute bilden die Produkte aus einer bescheidenen Landwirtschaft die Grundlage für ihr Überleben. Meine Familie lebt derzeit von dem, was wir oben im Dorf haben. Wir kaufen Küken und füttern sie zwei Monate. Dann verkaufen wir sie unseren Freunden und Nachbarn. Das ist nicht viel Geld, aber es ergänzt die Einnahmen, die mein Mann aus dem eigenen Wald hat. Er schneidet Holz und verkauft es. Und so kommt ein bisschen etwas zusammen. Die Produkte, die ich oben im Dorf produziere, verkaufe ich hauptsächlich über das Telefon, wie Käse, Obst, Sachen aus dem Garten und noch dazu Ayva, den ich hier alleine zubereite. In Momenten, in denen es nichts für den Verkauf gibt und wir fünf, sechs Tage ohne irgendwelche Einnahmen bleiben, gerate ich in fürchterliche Panik und weiss dann nicht einmal mehr, wo ich bin. Die höhere Fachschule für Textilindustrie in Leskovac. Sie gehörte einst zu den besten Schulen ihrer Art am Balkan. Trotz fehlender Arbeitsplätze bemüht sich die Schulleitung, die Ausbildungsstandards zu heben. Mit EU-Fördergeldern wurde ein neues Design Center eingerichtet. Wir bleiben hartnäckig dabei, bestmögliche Fachkräfte für die Textilindustrie auszubilden, in der Hoffnung, dass Investoren aus dem Ausland gemeinsam mit uns die eine oder andere Fabrik instand setzen, damit sie wieder zu produzieren beginnen. Aber vorher müssen wir die Fachkräfte ausbilden. Wir kämpfen wirklich, dass wir irgendwie aus diesem Zustand rauskommen und mit der normalen Welt, wie es der Westen ist, Europa gleichziehen. Damit wir wieder mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen können. Noch ist es freilich für Textilfachkräfte fast unmöglich, in Leskovac Arbeit zu finden. Die Firma Vucie stellt seit den 1930er Jahren Wollstoffe her, wie sie weltweit... ...zum grössten Teil Aussenstellen von ausländischen Geheimdiensten. Eine davon ist die Organisation, an deren Spitze Natascha Kandic steht. Wiederholt legte Natascha Kandic Dokumente vor, die neue Aspekte der Verwicklung Serbiens in Kriegsverbrechen ans Licht brachten. 2003 meldete sich ein Mitglied der Skorpione, einer der berüchtigten serbischen Spezialeinheiten bei ihr. Der Mann wollte nicht länger zur Rolle seiner Einheit in Srebrenica schweigen. Er zog als Mitglied der serbischen Cetnik-Bewegung im Jahr 1991 in den Krieg. Szežel hatte ihn mit seinen öffentlichen Reden fasziniert. Und er glaubte, dass das serbische Volk gefährdet und vom Genozid bedroht sei. Er hat mir erzählt, dass alle Uniformen, alle Befehle aus Serbien kamen und dass sie überzeugt waren, keine paramilitärische Einheit zu sein, sondern eine Einheit, die von der Staatssicherheit Serbiens gegründet worden war. Und er hat mir gesagt, dass sie etwa zehn Jungs aus Srebrenica ermordet und diese Erschiessung mit Kameras gefilmt hätten. Im Jahr 2005 kam die Kassette in meine Hände, als mich ein anderes Mitglied der Skorpione anrief und mir mitteilte, dass er im Besitz der Kassette sei. Er wollte sie mir geben, damit ich sie zeigen und verwenden könne, sobald er das Land verlassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt bezweifelten viele Serben noch immer, ob der Völkermord in Srebrenica, bei dem über 7000 Bosniaken nach der Eroberung der Stadt erschossen worden waren, überhaupt stattgefunden hatte. So beschloss Kandic, die Aufnahmen der Skorpione der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei der Gerichtsverhandlung von Slobodan Milošević zeigte die Staatsanwaltschaft des Hager-Tribunals Videoaufnahmen der Erschiessung von sechs Gefangenen aus Srebrenica. Wir machen die Zuschauer darauf aufmerksam, dass sie schockierend sind und dass empfindliche Personen und Kinder nicht vor den Bildschirmen sein sollten. Wenn ihm die anderen auch befohlen haben zu töten, so glaube ich nicht, dass sie ihm befohlen haben, ihm kein Wasser zu geben. Das sind nicht nur Paramilitärs, die Befehle ausführen. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie sich entsetzlich brutal und fürchterlich benehmen gegenüber jemandem, der umgebracht werden wird. Und das Opfer bittet. Heute wird in Leskowatz deutlich, welche Folgen die politischen Missstände der letzten Jahre für die Entwicklung des Landes hatten. Leskowatz war die Stadt des Textil und galt als serbisches bzw. jugoslawisches Manchester. Aber das hat alles nur bis in die 90er Jahre gedauert, bis zum Beginn der Sanktionen. Synthetika bzw. Zele Veljkovic war eines der grössten Fadenwerke am Balkan. Es hatte einen bedeutenden Platz am jugoslawischen Markt und zählte zu den angesehensten Exporteuren. Die Maschinen sind über 40 Jahre alt. Wir versuchen mühsam, sie instand zu halten, damit sie betriebsfähig bleiben und wir die Qualität halten können. Von Jahr zu Jahr wird das immer schwieriger, weil Ersatzteile schwer zu besorgen sind. Sie werden nicht mehr produziert. Und so müssen wir improvisieren und zusehen, dass wir ein bisschen etwas arbeiten und das Ganze irgendwie durchstehen, bis ein Investor kommt und neue Ausrüstung und neue Maschinen besorgt. Mit 20 Prozent oder 10 Prozent der möglichen Gesamtproduktion können wir nicht alle Kosten decken und dazu noch Überschuss erwirtschaften, um unsere Pflichten den Mitarbeitern gegenüber abzudecken. So kommt es, dass die Mitarbeiter ohne eigene Schuld, ohne Lohn bleiben und ohne soziale Absicherung. Der Niedergang betrifft nicht nur Synthetika. Die gesamte Textilindustrie der Stadt ist zusammengebrochen. Arbeiteten 1990 noch 11'000 Beschäftigte in den Betrieben, so sind es heute 900. In ganz Serbien liegt die Arbeitslosigkeit bei über 20 Prozent. Besonders hart davon betroffen sind Frauen. Gordana Petrovic war Juristin in einem der Unternehmen. Seit 2002 ist sie arbeitslos. Musik Früher hätten sie in meiner Stadt lachende Menschen sehen können. Frauen, die immer schön hergerichtet und Männer, die sehr pedantisch waren. Morgens, wenn ich um sieben zur Schule oder zur Fakultät ging oder ab 1987 zur Arbeit, waren unsere Strafe... Die Menschen meldeten sich, um uns zu sagen, wie unheimlich wichtig es für sie war, dass wir diesen Film an die Öffentlichkeit gebracht hatten. Jetzt wüssten sie, was in Srebrenica geschehen war und dass es nicht richtig sei, wenn gesagt wird, die Muslime wären in den Wald gegangen und hätten sich gegenseitig umgebracht. Musik Die Massener Schiessungen in Srebrenica wurden aufgrund ihrer kaltblütigen Systematik vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Genozid verurteilt. Auch in Serbien hat mittlerweile ein Umdenkprozess begonnen. Diese Kassette hat bei vielen Menschen in Serbien bewirkt, dass sie die Bedeutung der Verbrechen verstehen und realisieren, dass diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, sie im Namen von Serbien begangen haben und dass sie keiner von ihnen bereut hat. Vukovar und Srebrenica sind überwiegend das Produkt eines Propagandakrieges. Im serbischen Volk fanden stets diejenigen ein hohes Ansehen, die abtrünnig wurden und die sich gegen irgendeine Macht aufbäumten. In diesem Fall betrachtet das serbische Volk Radkom Ladic und Radovan Karacic als Aufständische, die sich nicht unterwerfen und ausliefern lassen wollten. Aus diesem Grund glauben wir auch, dass Radkom Ladic und Radovan Karacic zu einem Bestandteil der Legende des serbischen Volkes werden. Dass mutmassliche Kriegsverbrecher trotz internationalen Drucks jahrelang untertauchen konnten, ist die Folge einer gefährlichen Allianz, die der Nationalismus der Radikalen und die Macht der ehemaligen Kader Milosevic in Serbien bilden. Sie verhindert die Aufarbeitung der Vergangenheit und bedeutet für Menschen, die sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, eine unmittelbare Bedrohung. Wir haben eine Vielzahl schlecht formulierter Gesetze, die lückenhaft sind. Und so kommen viele schlimme Typen ungeschoren davon. Auch hier sind die Politiker nicht zu Reformen bereit. Sie wollen die Richter und die Staatsanwälte kontrollieren, um ihren eigenen Kragen zu retten. Am 14. April 2007 verübten unbekannte Täter ein Bombenattentat auf die Familie von Dejan Anastasiewicz. Es war Viertel vor drei in der Nacht, von Freitag auf Samstag. Noch ist es freilich für Textilfachkräfte fast unmöglich, in Leskowats Arbeit zu finden. Die Firma Vucie stellt seit den 1930er Jahren Wollstoffe her, die sie weltweit exportierte. Unser Direktor war vor einiger Zeit in Belgrad und suchte dort nach Möglichkeiten, um mit dem Westen in Kontakt zu treten, hauptsächlich mit italienischen Firmen. Aber da bekamen wir kein grünes Licht. Heute werden bei Vucie die Maschinen abgebaut und zum Metallwert verkauft. Alle Versuche, das Unternehmen zu privatisieren, scheiterten. Während in den Nachbarländern die Textil- und Bekleidungsindustrie boomt, verhinderte Serbiens Isolation bis heute einen ähnlichen Aufschwung. Wir wollten ja nur, dass Italiener kommen, Franzosen, Spanier, Deutsche, mit einer Textiltradition und mit Kapital, das sie hier investieren können. Und dieser Wunsch ging uns nicht in Erfüllung. Das bedeutet, dass das, was uns noch bleibt, in den Händen anderer liegt, in denen vom Staat, von der Regierung. Fast 20 Jahre nach dem Ende des Kommunismus kämpft die serbische Regierung immer noch um das Vertrauen von Investoren. In Belgrad geschieht dies zunehmend mit Erfolg. Doch weite Teile Serbiens stagnieren. Unser Land hat durch den Zerfall am meisten verloren. Zwei Drittel unseres Bruttoinlandsprodukts und die Hälfte der industriellen Produktion ganz zu schweigen von ungefähr zwei bis dreihunderttausend gut ausgebildeten jungen Menschen, die in den Westen gezogen sind. Aber wir hatten auch das grösste Potenzial zum Aufschwung, der schliesslich auch kam. In den vergangenen sieben Jahren ist die Wirtschaft in Serbien um mehr als die Hälfte angewachsen. Im Vergleich zu 2001 ist sie heute 2,7 Mal so groß und in den kommenden fünf Jahren soll sie sich weiter verdoppeln und danach noch ein drittes Mal. Die Erfahrung aus vielen anderen Übergangsländern zeigt leider, dass das Zentrum gegenüber dem restlichen Land immer im Vorteil ist. Das Problem war also zu wenig Geld und zu wenig europäische Perspektiven. Dazu kam das politische Risiko aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Kosovo und daher bevorzugen viele Investoren Belgrad oder die Voivodina. Man kann die Dinge sehen, wie sie jetzt sind, aber ich sehe lieber, wie sie morgen sein können und das wird viel besser sein. Noch illustriert Leskovac aber den Niedergang der serbischen Industrie, da die lokalen Firmen kaum etwas weisen, denn zwei Jahre später wurde er genau von diesen Leuten umgebracht. Am 12. März 2003 wurde Premierminister Soran Jinchic von Heckenschützen im Innenhof seines Amtssitzes erschossen. Ein Schock für die serbische Demokratie. Jinchic hatte Slobodan Milosevic an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ausgeliefert. Als er versuchte, auch die Kontrolle über den Geheimdienst und die Armee zu gewinnen, wurde er ermordet. Unmittelbar nach dem Attentat verhaftete die Polizei mehrere Verschwörer. Die meisten von ihnen waren Angestellte des serbischen Staates, Mitglieder des Geheimdienstes oder paramilitärischer Einrichtungen. Der Verdacht, dass Verbindungen bis in höchste politische Kreise bestanden, ist bis heute nicht ausgeräumt. Der durch seinen Spielfilm Land der Wahrheit, Liebe und Freiheit bekannt gewordene Regisseur Milutin Petrovic arbeitet heute an einem Film über die Hintergründe des Jinchic-Mordes. Es ist äusserst wichtig, diesen Film zu machen. Es ist keine Frage von Filmemachen, keine Frage einer Idee oder was eine gute Geschichte ist. Die tragische Ermordung Jinchics war ein entscheidender Moment, der unser aller Leben verändert hat. Die Attentäter wurden zwar verurteilt, aber diese Leute sind nur Mörder, Soldaten und Auftragskiller. Sie sind nicht diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Sie sind nicht diejenigen, die ein Interesse daran haben, einen Ministerpräsidenten zu töten. Wenn man den Ministerpräsidenten eines Landes töten will, muss man einen Plan haben, wie es am nächsten Tag weitergehen soll. Und so einen Plan gab es. Es gab einen Zeugen, der unter Schutz stand. Im Lauf des Prozesses wurde er gefoltert und ermordet. Seine Ermordung sollte zeigen, dass es keine geschützten Zeugen gibt. Und das war nur ein Fall. Solche Fälle gab es viele. Die neue Regierung unter Woislav Kostunica stellte das Sondergericht für dieses Verbrechen vor viele Probleme. Und so besteht die Vermutung, dass Kostunica und Mitglieder seines Kabinetts irgendwie involviert sind. Die Menschenrechtsaktivistin Natascha Kandic von ausländischen Geheimdiensten. Eine davon ist die Organisation, an deren Spitze Natascha Kandic steht. Wiederholt legte Natascha Kandic Dokumente vor, die neue Aspekte der Verwicklung Serbiens in Kriegsverbrechen ans Licht brachten. 2003 meldete sich ein Mitglied der Skorpione, einer der berüchtigten serbischen Spezialeinheiten bei ihr. Der Mann wollte nicht länger zur Rolle seiner Einheit in Srebrenica schweigen. Er zog als Mitglied der serbischen Cetnik-Bewegung im Jahr 1991 in den Krieg. Szežel hatte ihn mit seinen öffentlichen Reden fasziniert und er glaubte, dass das serbische Volk gefährdet und vom Genozid bedroht sei. Er hat mir erzählt, dass alle Uniformen, alle Befehle aus Serbien kamen und dass sie überzeugt waren, keine paramilitärische Einheit zu sein, sondern eine Einheit, die von der Staatssicherheit Serbiens gegründet worden war. Und er hat mir gesagt, dass sie etwa 10 Jungs aus Srebrenica ermordet und diese Erschiessung mit Kameras gefilmt hätten. Im Jahr 2005 kam die Kassette in meine Hände, als mich ein anderes Mitglied der Skorpione anrief und mir mitteilte, dass er im Besitz der Kassette sei. Er wollte sie mir geben, damit ich sie zeigen und verwenden könne, sobald er das Land verlassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt bezweifelten viele Serben noch immer, ob der Völkermord in Srebrenica, bei dem über 7000 Bosniaken nach der Eroberung der Stadt erschossen worden waren, überhaupt stattgefunden hatte. So beschloss Kandic, die Aufnahmen der Skorpione der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei der Gerichtsverhandlung von Slobodan Milosevic zeigte die Staatsanwalt in der Gesellschaft des Hager-Tribunals Videoaufnahmen der Erschiessung von sechs Gefangenen aus Srebrenica. Wir machen die Zuschauer darauf aufmerksam, dass sie schockierend sind und dass empfindliche Personen und Kinder nicht vor den Bildschirmen sein sollten. wenn ihm die anderen auch befohlen haben zu töten, so glaube ich nicht, dass sie ihm befohlen haben, ihm kein Wasser zu geben. Das sind nicht nur Paramilitärs, die Befehle ausführen. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie sich entsetzlich, brutal und fürchterlich benehmen gegenüber jemandem, der umgebracht werden wird. Und das Opfer bittet. Es bittet um einen Tropfen Wasser.